Hallo zusammen! Heute möchte ich euch Bescheid sagen, dass es wieder Drops auf Twitch gibt. Und zwar gibt es zum Release des neuen Patches Inkarnation des Zorns das Transmoxet-Kleidung des verwegenen Bukaneers. Dieses könnt ihr ab dem 5. September um 19 Uhr, also ab Dienstag, bis zum 12. September um 19 Uhr bei jedem beliebigen WoW-Streamer eurer Wahl bekommen. Denkt nur dran, dass ihr euren Blizzard-Account mit dem Twitch-Account verbindet. Und dafür müsst ihr einmal 4 Stunden zugucken und dann einfach nur den Drop abholen. Und dann solltet ihr es innerhalb von einer Woche, sagt man ja immer, aber eigentlich droppt ihr ja meist instant in eure Tasche. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns. Also bis dahin. Tschüss!